Warum schreibt sich Wörther Berg ohne H? Das ist in den 70er Jahren passiert. Da ist seinerzeit bei Vermessungsarbeiten und der zuständige Bearbeiter das H hat uns einfach weggelassen. Das hat Wörther Berg mit H war sehr früh, eigentlich vor den 70er Jahren. Wörth, genauso wie Wörth an der Laufnitz, stammt von dort ab. An der Seite schreibt sich Wörther Berg ohne H.